hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem channel und es ist wieder ein real life video wer hätte das denn noch mal gedacht ist krass auf jeden fall auf jeden fall cool dass ihr wieder eingeschaltet hat und ja also es ist heute mal etwas themenlastiger denn ich glaube es gibt gleich hier übrigens gewitter aber egal es soll auf jeden fall ein bisschen themenlastiger sein ich bin nämlich heute auf der gamescom bzw an dem samstag wenn das video hier am samstag rauskommt ich weiß es immer wieder nicht wann es rauskommt ich bin wieder so super vorbereitet jedenfalls leute samstag bin ich auf der gamescom hinter alle acht auf jeden fall da ist ja immer irgendwas und wir ansonsten folgt mir einfach auf twitter also wirklich alle leute die mir auf twitter folgen werden immer wissen eigentlich wo ich bin und dann kann ich der ein oder andere ja vielleicht auch mal treffen wir auf jeden fall cool können ein bisschen schnacken und so wie letztes jahr hat mich ja auch der ein oder andere getroffen fand ich sehr cool und ich würde sagen wir sehen uns ja folgt mir wirklich auf twitter also ist wirklich wichtig ansonsten bekommt ihr nicht so viel mit sonst müsst ihr mich einfach irgendwie zufällig sehen und das ist natürlich schwierig bei so vielen besuchern aber naja ich freue mich auf euch leute ich bin ziemlich früh da und bin auch relativ lange da aber halt nur diesen einen tag also leute ich hoffe wir sehen uns auf der gamescom und bis dahin sage ich einfach mal entweder bis bis zur gamescom oder bis zum nächsten video vielleicht mache ich sogar ein video von der gamescom ich weiß es nicht also leute haut rein und tschüss